Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. Moment. Ich bin gerade noch am Ohr kratzen. So, jetzt bin ich bereit. Es geht gegen St. Pauli. Die haben bis jetzt einen Punkt. Und ja, die wollen wir natürlich am besten auch da unten belassen, die St. Paulis. Wir sind jetzt siebter, zwei gewonnen, eins unterschieden, eins verloren. Und ja, wie gesagt, mit Köln haben wir da dieses Jahr eine harte Nummer zu knacken. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Die Mannschaft steht. So, Krodowski immer noch sehr, sehr traurig. Jede Menge Leute sehr, sehr traurig. Was will man machen? Aber aktuell wird noch nicht geschont. Ich brauche jetzt die Punkte. Wochen kommen. Es wird noch so viel kommen. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn vier Tore aus den... Hallo und willkommen, liebe Fußballer. Hallo und willkommen. Im Al-Shahed-Stadion. Hier ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. In Preußen, in Münster. Und wir freuen uns auf eine Partie. Also in Münster. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Ah, man spürt hier schon. Alle freuen sich. Alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot. Taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Ja. Da sehen wir die Aufstellung. Total hochklassig. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Hato. Oh. Oh, das ist ein Klamo. Schwacher Ball. Und das aus der Distanz. Das ist fast eher graue Haare. Aber jetzt haben wir uns wieder, dass er die nicht macht, gut und nach Bedrängnis. Aber jetzt haben wir uns fast schon wieder selber Schachmann gesetzt. Wenn wir uns die bisherige Saison ansehen, dann sind die Gäste das Team mit der schwächsten Offensive. Die Offensive ist natürlich ein Problem. Da gibt es nichts zu beschönigen. Weniger Tore. Hat keine andere Mannschaft gemacht. Also das ist eine Statistik, die niemand gerne liest. Vielleicht können Sie das heute ändern. Aber Sie müssen eben auswärts ran. Da dürfte das sehr schwierig werden. Ball kommt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Ah, da ist der Ball weg. Energisch Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Chance zur Führung. Er macht den Ball nicht rein. Ja, so wird das nichts, Benes. Der Soldi wartet glaube ich auch noch auf seinen ersten Zweitliga-Treffer, oder? Das ist unser Grau-Heart. Ich habe gar nicht geschaut, wie er heißt. Oh, der war stark. Aber der Sturm zeigt schon, warum sie die schwächste Offensive haben. Das kommt nicht von ungefähr. Wenn es. Da könnte jetzt was entstehen. Das sieht gefährlich aus. Oh. Das würde die Führung geben. Jetzt war Penny selber. Gutes Technik. Stark. Ich bin auf Beck Cris Mission. Ich habe ihn nicht zurück in die Mitte. Ich habe ihn nicht zurückgelegt. Ich habe ihn nicht zurückgelegt. ja Pauli hält unfassbar lang den Ball am Fuß das ist eigentlich sehr merkwürdig ist so Ecke kommt erstmal der Befreiungsschlag geht einfach vorbei Ball wird hier erstmal geblockt die nächste Ecke jetzt sie gehen dazwischen da kam das Foul aber es gibt Vorteile ganz sicher ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen da stand verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel ich sitze wieder auf sie er zieht vorbei sie machen nix raus und das war die Chance zur Führung Pauli ist wirklich die Schwester auf dem Siegel nicht gut genug stellen sich echt noch schlimmer an wie wir und wir stellen uns heute schon ziemlich ungeschickt dran sagen wir es mal so oh ich wollte eigentlich so Grätscher ansetzen aber ok auch gut wenn es der Schuss bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubelt da kann er stehen bleiben der Ball fliegt genau in seine Richtung der Ball kommt zum Gegner oh das gibt es doch nicht Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke der Ball kommt rein ja geblockt aber weiter genau hinschauen ey wir haben kein Glück wir haben echt kein Glück Ballbesitzquote 60% 11 zu 3 Schüsse erwartete Tore 2,3 Pauli hat 1,5 na was soll man da sagen so bevor Quankara gleich wieder hier rumheult bleibt er jetzt mal drin da kann man nichts sagen aber gut vielleicht läuft er auch nicht so viel Pause ist vorbei das Spiel geht weiter der 4er wechselt jetzt direkt jede Menge Platz auf dem Flügel oder wäre sie doch noch gestorbt das war eine gute Gelegenheit könnte die Führung werden oh das gibt es nicht jetzt laden wir Pauli ein aber die haben alle komische Frisuren bei Pauli aber das hier war wieder was war unser Mann da was war das das war dann schon eher eine Einladung ein bisschen hat es ja gedauert aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen komm nicht gegen Pauli Leute ich mag Pauli nicht die jawohl wenn es mit dem Ausgleich Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Ja, in der zweiten Halbzeit wird hier wenigstens mal was geboten. Wahl erst mal abgegeben. Guter Vorstoß jetzt. Hält jetzt erst mal den Ball. Super gemacht, gute Verteidigung. Naja, geht der Freistoß weiter. Naja. So, und jetzt haben die Spekulationen um ihn endlich ein Ende. Er geht zu Ersten Willard. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Erstmal hier der Ballverlust. Offensiven sind echt schlecht, wie je nach. Hatten sie mal für ein paar Minuten ein paar Sternenstimmen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Da passt er auf und kann klären. Gut verteidigt. Ist das hier ein Grottenkick heute? Weiter gefährlich nach diesem Block. Was für eine Chance. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier den sicheren Treffer. Und jetzt wollen sie wechseln. Da kann er jetzt erst mal klären. Klasse gehechtet. Und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Wieder Ecke. Flanke kommt. Situation erst mal geklärt. Super Take legen. Schöner mal auf Neubauer. Alles sieht gut aus. Jetzt kann da was entstehen. Besser rübergelegt. Da habe ich ja wohl das vielleicht klappt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Tag. Sie suchen die Lücke. Chance zur Führung. Das wäre gefährlich geworden. Aber er blockt ihn ab. Wenn es. Sie kommen noch mal. Weiter steht es hier. Da sollte der Pass schon längst kommen. So das gibt es doch nicht. Treu macht das Tor. Das gibt es gar nicht. Es fallen immer die Tore genau nacheinander. Frank Hara. Rettet uns vielleicht zumindest einen Punkt. Setze ich aber schön durch. Und drin ist dabei. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2 zu 2. Also man muss ja echt mal sagen, trotz der vier Tore ist offensiv, ist offensiv hier echt ein Chaos. Und das ist ein Sieg treffer. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schützer. Ist vielleicht, dass Paul nicht mehr die Mannschaft mit der schlechtesten Offensive. Vielleicht haben sie den Ruf jetzt abgegeben. Schöner Ball auf Heil. Könnte die Führung werden. Und das, oh, das ist nicht, wie kann es das nicht sein? Oh Mann. Schießt der direkt auf den Torwart, da fällt mir das, da fällt mir das Gebiss raus. Jetzt aber Eckball und. So, Schlussfilm. Hier passiert nichts mehr. Die Gäste holen ein Unentschieden. Es ist also ein Unentschieden. Er ist vorbei. Ja, ein Unentschieden. Immerhin besser als noch zu verlieren. Aber man muss jetzt echt sagen, trotzdem vier Toren war es echt eine grausige Offensivleistung von beiden Teams. Grausig. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Wir haben doch gar nicht verloren. Wir haben doch gewonnen im letzten Spiel. Oder? Oh, jetzt geht es gegen Elversberg. So, Transfersangebot für Tresoldi. Manchester United. Was jetzt hier für Vereine anklopfen, ne? Das ist brutal. Wer kennt es nicht? Ja, jetzt geht es erst mal gegen Elversberg. Da war ich auch schon im Stadion. Bad Maas lassen wir spielen. Aber das machen wir im nächsten Mal. Schauen wir mal, ob Dings noch verlängern will. Jawohl, vielleicht schaffen wir es auch diesmal mal, seinen Vertrag zu verlängern. Schauen wir mal. Ah, 2300, okay. Da haben wir es doch. Jetzt sind alle bereit. Oh, warte mal. Jetzt muss nächstes Jahr noch ran. Aber wer ist nächstes? Poetly nächstes Jahr. Detas. Vielleicht wird er bis dahin auch verkauft. Miller, ja, die ganzen Jungen, ne? Aha, jetzt wo wir gerade dabei sind. Gut, dass ich es sage. Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, ich mache es. Ich habe es aber nicht gemacht. Ja, hier können wir aber eigentlich noch warten, ne? Weil, sagen Sie jetzt, wenn sie 17 sind, können wir sie gerne ins Team holen. Ansonsten ist es eigentlich relativ groß, denke ich mal. Michael Müller, 19.000, das ist genau mein Mann. Oh. Okay. 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 Jetzt haben wir noch mal unnötig Geld ausgeschmissen. Wo ist denn wieder im Büro, müssen das die Finanzen sein? Ja. Dieses Jahr sieht es doch schon mal bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, wie gesagt, kriegen wir auch noch hin. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns gegen Elbersberg wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.